Rund 150 Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts waren Mittwochmorgen in der Reutlinger Innenstadt im Einsatz. Hintergrund waren Ermittlungen gegen eine georgische Heelerbande. Die Tatverdächtigen sollen von Reutlingen aus Diebesgut nach Georgien gefahren haben. Die Beamten durchsuchten Wohnungen, Lagerstätten und den Verladeplatz. Mutmaßlicher Hauptsitz ist ein Gebäude in der Eberhardstraße. Der Hauptbeschuldigte, ein 54-jähriger Georgier, ist ein offizieller Subunternehmer der Georgischen Post. So das LKA. Seit 2023 lässt er Diebesgut aus ganz Deutschland mit einem Lastwagen von Reutlingen nach Georgien bringen. Bei den gestohlenen Waren handelt es sich unter anderem um Fahrräder, Mobiltelefone, Spirituosen und Kosmetikartikel. Insgesamt durchsuchten die Einsatzkräfte sechs Objekte in Baden-Württemberg, Hamburg und Berlin. Dabei konnten zwölf Personen festgenommen werden.